Sie hat uns eine Schuld an diesem Vorfall gegeben. Sie hat gesagt, es wären unsere Leute, die da drüben stehen. Sie hat behauptet, dass die Schädigung unseres Standes von heute Nacht nicht heute Nacht passiert wäre, sondern während wir am Messestand waren. Lügner! 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 Sie hat den Willen nicht, das, was sie auf den Plan gebufen hat, wieder zu beenden. So, die Veranstaltung ist für beendet erklärt worden, aber wir werden sie jetzt einfach durchführen. Und zwar ohne Mikrofon und vielleicht, vielleicht, wenn wir nett sind, etwas schneller. Also, ich begrüße nochmal die beiden identitären Autoren, Martin Brenner und Stimmen. Ich begrüße die Schöne von Gott, in der Frau Friedland und Stimmen. Ich begrüße Sie! Die Schöne von Gott, in der Frau Friedland und Stimmen! Die Schöne von Gott, in der Frau Friedland und Stimmen! Schande! 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 Wir reden weit über unsere Bücher. Mario Müller aus Halle. Hallo Halle, du hast mich nicht an! Sie reden auch nicht mit mir. Die Leute hier ab! Sie reden auch nicht mit mir. Sie reden auch nicht mit mir. Sie reden auch nicht mit mir. Das ist unsere Macht. Häusler! 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 Hallo! Hallo! Wo? 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 Wo, wo? Wo war die Silvestone? So, meine Damen und Herren, die Bühne är frei! Wir haben ja Martin Sehner und Mario Müller, ich stehe es sich jetzt zum zehnten Mal vor, aber Sie wissen, wer die Jungs sind. Martin Sehner hat ein Buch geschrieben, Identitär, zeig mal vor, ich habe meine Verlorenen getümmelt. Identitär, es ist letztlich die Geschichte, die Idee, die Strategie seiner Bewegung, Identitäre Bewegung, die Martin Sehner und andere in Deutschland, im deutschsprachigen Raum groß gemacht haben. Mario Müller hat sowas wie das Herz der Bewegung verpasst, ein identitäres Handbuchlexikon mit 300 Begriffen rund um die Identitäre Bewegung. So, und, worüber wollten wir eigentlich recht macht? Ich muss mal ein bisschen gucken, ob wir gleich gewäumt werden. Was meister, worüber wir reden wollten, ist heute auch schon aktiv dargestellt worden. Wir selber werden von den Medien und von diesen Leuten permanent zum Objekt gemacht. Sie reden immer nur über uns, sie reden nie mit uns. Sie wollen über unsere Zukunft bestimmen und wollen uns unsere Zukunft nehmen. Aber heute haben wir hier zusammengefunden, jeder Einzelne von euch, außer in Isolation, aus ganz Deutschland, wir sind hergekommen und haben ein Zeichen gesetzt, im Herzen des linksliberalen Establishments, ein Symbol. Und das wird eine Nachwirkung haben, dass wir tief wirken und tief weitergehen. Heute haben wir gewonnen. Sie sind gegangen und wir sind geblieben. Sie werden die Liebe wechseln. Ja! Meine Damen und Herren, es ist unsere Aufgabe, als identitäre Jugendbewegung genau dort hinzugehen, wo es unserem politischen Gegner, der in den Redaktionsstuben und in den Parlamenten sitzt, am allermeisten wehtut. Und das haben wir heute getan. Und getroffene Hunde bellen, und das haben sie heute getan. Ich danke euch, dass ihr heute angekommen seid, so mutig gewesen seid, hierher zu kommen, für das freie Wort, für das dreie Denken, für das Buch. Meine Damen und Herren, wir fordern drüben noch jemanden ein Herzinfarkt. Also, ich habe zum ersten Mal in diesen vier Tagen den Chef der Buchmesse gesehen. Er hat es nicht für notwendig erachtet, zu uns zu kommen, als am ersten der ersten Nacht 40, 50 unserer Bücher beschmutzt und zerstört worden sind. Er hat es nicht für notwendig erachtet, den anderen Stand aufzusuchen, Manuskriptum, als dort 80 Bücher zerstört, gestohlen worden sind und obszöne Zeichnungen in den Stand gehängt worden sind. Er hat sie auch nicht dazu geäußert. Heute Nacht hat man bei uns Plakate heruntergerissen, seltsame Parolen an die Wand geschrieben und einen Stuhl gestohlen. Er hat es wieder nicht für notwendig erachtet, sich bei mir vorzustellen und zu sagen, dass ab jetzt wenigstens jede Nacht eine Standwache im Stand sitzt bei uns und den anderen Verlagen, die er markiert hat. Dazu sind diese Leute nicht in der Lage, obwohl er das vermutlich von seinem Gehalt aus der Portokasse selbst bezahlen könnte. So, und wir haben diese Antwort, diese Solidarisierung von der Messe nicht bekommen. Das ist dieses typische linksliberale Hü und Hott. Wir sind für Meinungsfreiheit. Wir sind für Meinungsfreiheit. Deswegen dürfen unsere Verlage auf die Messe. Aber wir sind nicht so für die Meinungsfreiheit, dass das Ganze ungestört und einer Buchmesse würdig ablaufen kann. Ich kenne keinen linken Stand, an dem ein Buch zerstört, ein Plakat heruntergerissen, Flüssigkeit ausgekippt oder irgendeine Option.